Und wie viel ist Ihnen Freiheit wichtiger als Transparenz in der Gemeinschaft? Diese Werte sollten wir nicht gegeneinander aufwiegen. Wie ist Ihr Name? Alexander Twosky. Bei Alexander Twosky liegt eine erhebliche Anpassungsstörung vor. Aber ein Leben ist nur mit Unterstützung von Lifeguardens zulässig. Eine lasche Einstellung kann fatal sein. Ich musste loswerden. Ich regle das. Leute wie Sie tragen das System. Wir leben in einer interessanten Zeit. Wir sorgen alle für Sie. 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 Vielen Dank.